Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch diesen kurzen Film hier, dieses kurze Video Tutorials sehen und hören. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie Sie eine Moodle Kurssicherung erstellen können. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie können Kurse sichern, das bedeutet Sie erzeugen hier eine kurze Datei und mit dieser Moodle Datei, mit dieser Kurssicherung können Sie dann den Kurs auch in jeder anderen Moodle Plattform hochladen. So können Sie Kurse einfach weitergeben als Datei. Dazu wählen Sie links im Block Einstellungen, unten einfach die Sicherung und hier im Sicherungsbereich können Sie noch wählen, was Sie nicht sichern möchten, zum Beispiel der eingeschriebenen Nutzer. Sie klicken auf Weiter, dann sehen Sie schon, die Nutzerdaten werden hier von diesen Elementen nicht gewählt. Sie können dann auch einzelne Abschnitte oder sogar nur einzelne Aktivitäten oder sonstige Elemente wegklicken. Aber wir wollen ja alles sichern. Klicken nochmal auf Weiter und hier haben wir schon den Dateinamen der Sicherung. Es wird eine MBZ-Datei. Sie können das auch anders benennen. z.B. Sicherung. Mooc for Book. Underline hat dann vielleicht noch das heutige Datum 2018.01.15 und dann klicken Sie auf Versicherung aus. Und die Datei wird schon gesichert und steht Ihnen dann, wenn Sie auf Weiter klicken, einfach hier als Download zur Verfügung. Ich hoffe, dieses kurze Video hilft Ihnen dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.